Cristiano Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez ist ein richtiger Profi, wenn's ums Posen geht. Bei den Filmfestspielen in Venedig legt die 24-Jährige jetzt einen echten Wow-Auftritt hin. Standesgemäß kommt die Mutter von Cristianos viertem Kind mit einem traditionellen Wassertaxi am Pier an. Und schon beim Aussteigen weist Georgina ihre langen, makellosen Beine perfekt in Szene zu setzen. In einem marineblauen Kleid zieht die hübsche Argentinierin alle Blicke auf sich. Und Georginas Schlitz dürfte keinen Zentimeter länger sein. Bei der kleinsten falschen Bewegung könnte man schon zu viel sehen. Sehr gewagt, doch Georgina hat Freude daran, sich von ihrer sexy Seite zu zeigen. Gekonnt schreitet sie auf ihren hohen Stilettos über den roten Teppich. Nachdem ihr Freund, Fußballstar Cristiano Ronaldo, in diesem Sommer von Real Madrid zu Juventus Turin wechselt, lässt sich auch Georgina in Italien nieder. Die ehemalige Verkäuferin überzeugt jetzt in ihrer neuen Heimat mit einem atemberaubenden Auftritt, auf den viele weitere sicher bald folgen werden.